hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem blog trainer youtube kanal ich freue mich euch alle wieder zu sehen und heute geht es um drei super spannende themen das erste thema ist dass sie sec einen bitcoin gestützten etf abgelehnt hat das zweite thema ist dass ich glaube dass wir uns gerade in einer schwierigen phase befinden und da möchte ich gleich im detail näher darauf eingehen und das dritte thema wird ganz kurz angeschnitten taproot sein da gab es auch gerade schon von kirito vor dem stream eine kleine frage zu und da möchte ich heute einmal ganz kurz darauf eingehen denn morgen wird taproot aktiviert und ich werde auch morgen noch speziell dazu ein video machen und wir haben einen beitrag dafür vorbereitet also morgen kommen direkt zwei themen zu taproot deswegen mache ich das heute nur ganz kurz aber trotzdem ich möchte darauf eingehen und damit begrüße ich euch alle ich freue mich dass ihr da seid ja mir geht es wieder ein bisschen besser mittlerweile sind sogar meine schnelltests negativ ich bin aber noch in quarantäne bis zum ich glaube zwanzigsten oder so oder zweiundzwanzigsten das heißt aber auch das blog trainer event findet ganz normal statt da bin ich durch geheilt genau und damit begrüße ich euch alle wir haben den blog 709.567 das ist unser aktueller blog und ihr seht schon hier oben taproot aktivierung ist in 65 blöcken und zwar genau zu blog 709.632 so und 65 blöcke sind fast elf stunden auf die zahl genau wenn man davon ausgeht dass ein blog immer zehn minuten braucht das ist natürlich nicht immer der fall ihr seht das hier manchmal also hier hat es jetzt elf minuten gedauert davor dann aber auch nur fünf minuten gedauert davor nur zwei minuten manchmal kommen blöcke schneller manchmal dauert es auch mal eine stunde bis ein blog kommt und im durchschnitt brauchen die blöcke bei bitcoin zehn minuten gerade von einer kurz von der schwierigkeitsanpassung kann dieser wert aber massiv sich verändern ich gehe mal davon aus dass wir irgendwann morgen ja das es ist schwierig zu sagen was haben wir jetzt gerade 20 uhr 20 uhr 15 dann würde ich sagen dass wir morgen so gegen 6.30 oder so sollten wir die taproot aktivierung sehen also wir werden das leider nicht hier live auf dem kanal sehen aber ich werde direkt danach ein video dazu machen und wie gesagt ich gleich auch noch ein bisschen auf die themen ein die sec hat den ersten bitcoin spot etf abgelehnt also einen bitcoin etf auf basis von gekauften bitcoin wir haben ja letztens den ersten etf gesehen der erlaubt wurde der ein synthetischer etf war also nur auf dem bitcoin preis basierend und eben nicht abgesichert ist mit richtigen bitcoin und jetzt haben wir super viele andere etfs die warten auf die bestätigung durch die sec wir haben hier unten auch eine liste die können wir uns mal angucken und das war jetzt dieser hier der war ein eck bitcoin etf der ist eingetragen worden und abgelehnt worden jetzt ja das ist ziemlich traurig ja und wir sehen tatsächlich hier warten noch weitere und dann werden noch andere sec entscheidungen jetzt die nächste zeit getroffen und viele analysten sind schon davon ausgegangen dass dieser etf jetzt hier an dieser stelle nicht durchkommt und dass die sec das ablehnen wird aber keiner war sich so wirklich sicher was die begründung der sec sein wird und die begründung der sec ist durchaus spannend die sec hat nämlich folgende aufgabe nach ihrer eigenen definition möchte sie die anleger schützen also es darf nur das offiziell an den us amerikanischen börsen gehandelt werden was grünes licht von der sec bekommt und das natürlich weil die sec ganz eindeutig vorher geprüft hat ob das alles mit rechten dingen zugeht und so die anleger und unternehmen die in diese dinge investieren natürlich geschützt sind gott habe sie selig die sec jetzt ist halt der punkt dass das große problem ist dass wenn wir jetzt einen synthetischen etf haben dieser ja rein theoretisch wenn man es mal auf den rohstoff selber runter bricht weniger sicherheit hätte wie einen gedeckten etf weil natürlich der rohstoff selber gar nicht wirklich vorhanden ist bei einem synthetischen etf und das ist jetzt eine super schwere super schwere debatte die da jetzt losgetreten wurde denn der grund der sec war sie möchten diesen etf aus zwei also der erste grund ist ziemlich offensichtlich und aber auch ich sag mal keine tolle begründung das erste ist bitcoin ist noch ein super kleines asset und ein spielball der der großen wale die den kurs manipulieren können und damit gebe ich ihnen recht das ist auch genau das zweite thema auf das ich gleich eingehen möchte bitcoin ist verhältnismäßig noch klein wenn man es auf die ganze welt bezieht und da kann noch kurs mäßig alles passieren ja also es ist wirklich nicht sicher dass wir nicht in drei tagen den bitcoin kurs von 20.000 dollar sehen könnten also so ein zustand könnte passieren und wer das nicht glaubt der soll sich einfach mal angucken was so 2017 abgegangen ist also das ist der erste punkt okay der wird ja irgendwann zwangsläufig verschwinden je weiter bitcoin verbreitet ist natürlich wäre auch so ein zeichen durch die sec hey ihr könnt jetzt hier ein bitcoin gestützten etf kaufen einen schritt der genau das eigentlich hervorbringen würde dass mehr leute eben investieren mehr geld in den markt liegt dadurch die spekulation oder auch die manipulation rückläufig wäre oder schwieriger wird und natürlich der kurs sich damit stabilisiert aber okay lassen wir diese begründung erstmal so stehen dann müssen wir uns aber trotzdem überlegen ja was ist jetzt der unterschied zu einem synthetischen etf ich meine bei beiden passiert auch dann mit dem kurs im endeffekt das gleiche also warum erlaubt ihr einen synthetischen etf aber kein bitcoin gestützen wenn es der kurs die kurs schwankung das problem ist in euren augen na gut lassen wir es mal so stehen der nächste punkt und da wird es jetzt wirklich spannend ist sie sagen naja bitcoin ist halt nicht ist halt nicht was physisches so aus der realen welt was wir anfassen können wie gold und könnte weil es software es rein theoretisch gehackt werden ja also natürlich ist das rein theoretisch möglich ja ich bringe ja auch immer dieses beispiel nichts ist sicher auf der welt versteht ihr also es gibt eine ganz geringe wahrscheinlichkeit dass unsere sonne in drei minuten explodiert diese wahrscheinlichkeit ist aber so gering dass die sonne wirklich explodiert dass wir menschen davon ausgehen können dass es nicht passiert und natürlich kann es ein software bug bei bitcoin geben aber im endeffekt profitiert das gesamte netzwerk davon wenn das netzwerk nach den allgemeinen sozialen regeln läuft die in diesem netzwerk festgelegt wurden und klar könnte unter umständen irgendeinen bug mal dazu führen dass irgendwen double spend ausführt oder so aber sobald das einmal gesehen wird wird ja jeder auf der welt sich dafür zustimmen diesen bug aus zu radieren also software updates zu bringen die das lösen und ja dann wird es weitergehen wie gehabt also ich sehe sowas nicht als totschlag argument dass das asset bitcoin danach tot ist sondern eher das unter umständen dieser etf genau in dem moment gekauft hat wo dann so ein bug passiert und dann ja vielleicht der etf geschadet wäre und das sehe ich halt so unwahrscheinlich an aber okay lassen wir diese begründung mal stehen und überlegen uns aber jetzt was das bedeutet also im endeffekt gehen sie hin und sagen es könnte so ein bug auftreten na gut aber wo um alles in der welt ist dann der unterschied zu einem synthetischen etf ja gut wir haben herausgefunden also der einzige unterschied der wirklich da wäre ist dass die die den etf wirklich absichern wollen die die bitcoin kaufen und liegen lassen wollen dass die in dem moment der absicherung betroffen sind das heißt die sec sieht nicht dass durch so ein bug bitcoin langfristig beschädigt wäre weil sonst hätten sie ja den synthetischen etf auch nicht zugelassen weil es ja dann das gleiche ist sondern sie sehen nur dieses eine problem dass unter umständen in dem moment wo der etf bitcoin kauft für die leute die den etf kaufen also die bitcoin hinterlegt für den etf dass in dem moment ein technisches problem auftritt und der eine etf geschädigt ist ja das kann natürlich passieren theoretisch vielleicht ich meine auf der anderen seite kann es genauso passieren dass in unserem globalen finanzsystem irgendwo an irgendwelchen stellen wachs auftreten zum beispiel in unserem fiat geld und es ist auch nicht so dass solche dinge nicht vorkommen es kommt auch durchaus mal vor dass bei einer bank 500 millionen dollar wirklich so falsch überwiesen werden dass es nicht mal rückgängig machbar ist es gab da so ein fall bei der city bank vor einem oder zwei jahren 500 millionen wirklich einfach in sand gesetzt das ist halt schon also keine ahnung die begründung finde ich dubios es gibt eine einzige sache wo ich sage ich könnte mir vorstellen dass das der grund ist dass sie das bis jetzt stoppen und diese sache ist das taproot update was morgen stattfindet weil mit taproot wahrscheinlich so viel unsicherheit erstmal reinkommt weil ja dass die die software bitcoin um etwas erweitert wird um eine regel erweitert wird dass unter umständen sich damit auch neuer bug einschleichen könnte und vielleicht haben sie es deswegen gestoppt ich glaube langfristig werden sie nicht drum herum kommen im endeffekt ist es ja so dass wir langfristig immer wieder anträge für einen bitcoin gestützten etf sehen werden aber ich habe euch ja auch schon gesagt wo ich über den synthetischen etf gesprochen habe dass ich glaube das ist nicht so einfach wie hätten bitcoin gestützten etf zu hinterlegen und meine begründung dafür war die sec will sicher gehen dass die bitcoin die dort gehalten werden sicher sind und dass die nicht verloren gehen können und so weiter und so fort und die sec hat vor allem die begründung abgegeben dass die gefahr natürlich bei einem bug in einem bitcoin netzwerk oder einem hack im bitcoin netzwerk passieren könnte aber vor allem den hack auf den exchanges das heißt ich glaube dass das bei bitcoin passieren könnte haben sie so nebensächlich mit reingebracht vielleicht wegen taproot und den dingen die dort jetzt passieren aber eine sache ist ganz klar sie haben angst dass die bitcoin die bei einem anbieter liegen dass da ein heck passiert und die bitcoin weg transferiert werden das ist denn große angst und das war auch meine begründung weswegen ich gedacht habe dass die wahrscheinlich nicht so schnell einem bitcoin gestützten etf zu lassen und im endeffekt habe ich recht behalten von daher mich überrascht diese entscheidung nicht und ich muss auch ehrlich sagen würde ich in der sec sitzen ich hätte genauso entschieden es ist ja nicht so dass ich mich nicht freuen würde darüber und dass ich nicht auch finde dass ein synthetischer etf im endeffekt ja schon so ein bisschen wie das aufblähen der bitcoin menge ist finde ich alles doof keine frage aber mir ist klar warum es schwieriger ist regulatorisch einem bitcoin gestützten etf zu hinterlegen statt einen synthetischen und wenn ich in der verantwortung stehen würde also mein einziger job es ist anleger zu schützen dann wäre es schwierig wirklich das große geld also die dicken finanzmärkte auf ein produkt zuzulassen wo andere in der verantwortung stehen auf das digitale gut aufzupassen das muss geklärt werden da muss wirklich sichergestellt werden der der zugang der zugang zu diesen bitcoin die hinterlegt sind der ist wirklich safe da kommt keiner dran da kommt auch kein mitarbeiter dran der bei irgendeinem verwahrer arbeitet der die bitcoin verwahrt oder 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 und da muss wirklich das muss auf herz und nieren getestet werden da müssen verschiedenste sicherheitsverfahren benutzt werden und so weiter und so fort also ich bin mir sicher dass es früher oder später jemanden gibt ein anbieter gibt der das alles erfüllt was die sec sehen will und dass die sec sich wahrscheinlich heute selber noch gar nicht so sicher ist was sie alles sehen will ich denke die arbeiten sich jetzt in das thema ein und müssen halt auch erst mal verstehen was muss passieren dass wirklich dort eine sicherheit besteht müssen die bitcoin vielleicht bei verschiedenen anbietern liegen müssen vielleicht verschiedene anbieter verschiedene schlüsselteile für eine große multisignaturverfahren oder sowas haben oder was muss passieren und mir war eigentlich klar dass das nicht so schnell geregelt wird von daher finde ich diese entscheidung an sich nicht schlimm und ich bin mir auch sicher dass es aufgeschoben aber nicht aufgehoben zu recht meiner meinung nach aus sicht der sec zu recht ja natürlich für die würde ich mich darüber freuen natürlich fände ich das mega wenn die große finanzwelt jetzt wirklich bitcoin gestützt über die über die finanzmärkte der us amerikanischen börsen einsteigen kann das hätte ich übelst gefeiert aber trotzdem war mir fast klar dass die in diesem zustand das noch nicht erreicht haben können ja genau und das ist einfach so dieser punkt dass bei bitcoin fehler dieser art auftaucht sich als nahezu ausgeschlossen einzige gefahr sehe ich so ein bisschen jetzt das taproot update aber selbst da ich meine klar unter umständen schleicht sich da irgendeine neue konstellation ein aber erst mal sehe ich da kein großes problem trotzdem sollte einem immer klar sein auch ein update wie taproot was jetzt wirklich jahrelang entwickelt wurde und getestet wurde kann neue fehler beinhalten die wir erst mal nicht kennen und wahrscheinlich war das auch noch ein hintergedanke der sec dass sie sagen hey solange das neue update da ist warten wir erst mal ab und das könnte ich auch fast verstehen ich sehe jetzt für uns keine gefahr ganz ehrlich ich bin mir ziemlich sicher dass wir keine neuen bugs mit diesem update bekommen aber noch mal eine hundertprozentige sicherheit gibt es für nichts es gibt eine wahrscheinlichkeit dass in drei minuten die sonne explodiert ja und es gibt eine wahrscheinlichkeit dass mit dem taproot update auch neuer bug kommt ja ganz einfach und dementsprechend kann ich diese ganzen entscheidungen schon irgendwo nachvollziehen trotzdem freue ich mich natürlich wenn wir irgendwann den ersten etf sehen der diese regulatorik der sec so vollends erfüllt dass die sec mit gutem gewissen dort grünes licht gibt und ich glaube nicht dass sie sich dagegen wehren gary gensler ist absoluter bitcoiner das hat er mehrfach bewiesen in den dingen die er sagt gary gensler hat selber gesagt die vision von satoshi nakamoto ist real bitcoin ist a commodity das hat er selber so eingestanden aber ich glaube ein ein wirklich digitales gut etwas was wir vorher in dieser form noch nie hatten in dieser form abzusichern durch die regulatorik ist nicht so einfach ja ganz einfach darum geht es wie sich hat microstrategy ihre coins ab ja ich denke die haben verwahrer dafür aber das ist ihre eigene verantwortung im endeffekt ja das ist ihre eigene verantwortung und wir haben natürlich auch es gibt natürlich gute verwahrer ja es gibt ja auch so unternehmen die heute schon software sicherungen machen für große unternehmen ja die dann irgendwelche bunker anlagen haben oder so das gibt es heute schon ja und genau das sind meiner meinung nach auch die banken der zukunft die in diesem sinne auf bitcoin aufpassen und ich glaube microstrategy ich bin nicht ganz sicher aber ich glaube die haben ihre coins bei coinbase liegen steine ich mich nicht wenn ich da gerade falsch liege es kann auch sein dass sie einen anderen verwahrer haben oder dass sie über coinbase den kauf damals abgewickelt haben weil das ist tatsächlich nicht so einfach in dieser größenordnung einzukaufen ja und ich rate von coinbase ab habe ich ja schon ein paar mal darüber gesprochen warum thema ist ja bekannt ja gut ein weiteres thema ganz kurz besprechen habt ihr bestimmt gesehen bitcoin mining in russland steigt gerade rapide an nachdem china das mining verboten hat wir sind ja quasi wieder auf einem neuen höchststandniveau der bitcoin hash rate großer teil mittlerweile in russland in russland gibt es übrigens einige ja überflüssige energie die wirklich durch ja zum beispiel die ölgewinnung oder ölenergie überflüssig erzeugt wird so abfallprodukte damit kann man bitcoin mining betreiben und tatsächlich wird das auch gemacht und auch wahrgenommen und es gibt auch zahlen und daten hier zum beispiel von der university of cambridge die halt beweisen dass bitcoin immer mehr aus solchen energiequellen benutzt wird auch die daten des bmc des bitcoin mining councils zeigen genau diese entwicklung bei bitcoin an dass überschüssige und überflüssige energie benutzt wird um bitcoin mining zu betreiben also genau die energie für nichts anderes benutzen können weil es die günstigste energie ist die eben die miner bekommen können und die miner sind nicht an eine lokalität gebunden und erstmal sieht das alles super positiv aus allerdings könnte sich dort eine regulierung ergeben die unter umständlich ganz so cool ist denn hier hat hier hat der vorsitzende der des russischen sicherheits- und korruptionsausschusses andre lugowoy hat nämlich vorgeschlagen da einen rechtlichen rahmen zu schaffen das problem ist dass er halt sieht dass wahrscheinlich so um die zwei milliarden dollar auf kosten der bevölkerung bereichert werden in der form dass die miner ihre steuern nicht zahlen oder halt keine steuern zahlen wird es dafür keinen gesetzlichen rahmen gibt und jetzt ist natürlich so ein bisschen die gefahr dass in russland eine überregulierung dieses marktes passiert auf der anderen seite wissen wir aber auch dass russland eigentlich eher offen ist für das bitcoin mining putin hat das ja letztens auch schon mal in der ansprache durchscheinen lassen dass er sehr positiv eigentlich für dieses ganze projekt bitcoin ist mining ist und auch allgemein offen für ein freies geld system ist und ich glaube dass da eine regulierung passiert woran russland halt mitverdient und die vielleicht im schlimmsten fall das mining teilweise an lizenzen knüpft oder einschränkt aber nicht dass es verboten wird oder so dass meine einschätzung nur ja das dazu genau dann kommen wir zum nächsten thema und das ist warum ich mir im moment ein bisschen gedanken mache und sorgen mache und ich möchte es gleich auch wieder ein bisschen entkräften ich werde dazu eine umfrage gleich in den chat rein stellen die ganz witzig wird aber ich habe jetzt in der letzten zeit häufiger mit leuten geredet die mich fragen ja hey roman hier ein guter freund von mir macht total viel mit crypto käse ja also altcoin shitcoin xy blablabla traded da wild rum und macht super viel geld und das sind halt leute also mich kontaktieren dann leute die nicht ich sag mal gar keine ahnung davon haben sondern leute die auch wirklich verzweifeln weil da freunde von denen ich glaube in diesem fall war es eine zahnarzt der dank eines crypto projekts irgendwie acht prozent rendite am tag bekommt und das ganz ernst als aus weg aus der arbeit heraus sieht so nach dem motto hey ich lasse da jetzt mein ganzes geld drin liegen ich kriege acht prozent am tag ich bin jetzt quasi bald finanziell frei und dann setze ich mich zur ruhe ich brauche nicht mehr arbeiten und das sehe ich halt in letzter zeit häufig in in allen möglichen bereichen der crypto space und ich spreche nicht jetzt von bitcoin ich spreche von diesem crypto space der macht gerade den letzten 0815 typen der gar keine ahnung von investieren hat der einfach irgendwie random geld in den markt reinschmeißt zu einem top investor zu einem top investor ganz ehrlich wenn wir uns das hier anschauen ja wenn wir uns die diese ganzen coins hier anschauen diese wie viele sind ja auch geführt 14 113 coins auf coin market cap und wir einfach mal so in die top 1000 oder so schauen oder keine ahnung auf jeden fall in die die projekte die irgendwo noch greifbar sind wo ein bisschen was mit passiert also ich wüsste jetzt aus dem stehgreif keins außer vielleicht exit scams ich wüsste keins wirklich keins was ich nicht innerhalb des letzten jahres vom kurs verbessert hat kennt ihr irgendeins gerade aus dem stehgreif was was vor einem jahr einen besseren kurs hatte als es heute hat irgendeins und es wird mittlerweile sogar schwierig irgendwelche zu finden die nicht keine ahnung wie viel hundert prozent oder tausend oder zehntausend prozent plus gemacht haben ja squid coin war ja ein exit scam das meine ich ja ja also jetzt mal unter uns diese ganzen leute sind keine profi investoren und das macht mir sorge wirklich das macht mir große sorge weil ich habe die situation jetzt zweimal in diesem markt beobachtet das letzte mal 2017 ne es sind 1000 1500 zuschauer kryptowolf sogar ja ihr müsst liken absolut und da ist mein problem dass ich halt wirklich sage nee selbst alle egal was ihr gerade schreibt alle waren vor einem jahr schlechter schlechter bewertet jeder der in die letzte scheiße sein geld geschmissen hat der ist jetzt profitabel ganz ehrlich ich habe das gemerkt als ich das letzte mal auch kritik geäußert habe was ich natürlich nie wieder an personen direkt äußere das tut mir auch leid dass ich das gemacht habe keine frage aber ganz ganz ehrlich jemand der egal was er tut hier profitabel ist den kann man nicht mehr von was anderem überzeugen oder also wie soll ich jemand jemandem zu einem bitcoiner machen und dem klarmachen dass bitcoin das geld der zukunft ist und ihm mit energie und zeit kommen und physik und wissenschaft wenn der einfach random einfach random mit blinden augen eine liste anschmeißt und sagt stopp und der investiert und er ist profitabel wie soll ich den von was anderem überzeugen es geht einfach nicht es geht nicht und das ist das große problem wir haben hier eine situation die gefährlich ist und wir haben die situation schon paar mal im crypto space gesehen 2017 das letzte mal da war der ico hype und jedes ico war blind flug das konnte die letzte dämliche kack idee sein man hat da geld reingeschmissen und man war profitabel damit deswegen hat jedes ico millionen beträge zum schluss eingesammelt milliarden beträge teilweise weil die leute einfach blind ihr geld da reingeballert haben und ich sag euch eine derartige marktsituation rächt sich heutige märkte unsere finanzmärkte allgemein die ganze finanzwelt wisst ihr wie die arbeitet das sind alles keine bitcoin maximalisten das sind us dollar maximalisten wisst ihr was die wollen die wollen kein bitcoin die wollen kein eta oder irgendwas anderes die wollen dollar die wollen mehr dollar die wollen einfach mehr dollar als der dollar entwertet aber sie wollen mehr dollar und dann wollen sie mehr lambos oder irgendwas anderes und sobald der kurs mal x prozent mitgenommen macht cashen die aus und dann rasieren die den ganzen markt die wollen nur mehr dollar und genau diese situation da 2017 diesen harten bärenmarkt ausgelöst die leute sind alle rasiert worden in diesen ganzen icos die meisten icos sind gescheitert weil selbst die die icos keine knete mehr alles war weg und am ende was ist übrig geblieben einen markt voller angst wo die leute gesagt haben oh diese krypto scheiße nie wieder fasse ich das an oh gott oh da hat sich keiner gedanken gemacht dass das alles nichts an bitcoin ändert gott sei dank ist denen dann klar geworden was diese ganze icos kacke für einen blödsinn war ja gott sei dank ist denen das klar geworden und viele sind danach geblieben und sind bei bitcoin geblieben dass es ist literally meine community ja so wie viele andere und wie ich auch der früher auf ganz viele altcoins noch gesetzt hat sind ja ganz viele irgendwann mit dieser erkenntnis da geblieben haben gesagt okay ganz ehrlich alles war hype nichts ist mehr da bitcoin hat überlebt es geht um bitcoin und natürlich noch viele weitere begründung für bitcoin aber ganz unabhängig davon halt die eigene erfahrung die einem einfach irgendwann zeigt nein nein wir sind hier nicht 80.000 top investoren die sich drei tage mit crypto befassen top trader top investoren top spekulanten sind auch wenn das jetzt gerade alles so aussieht und das wird den leuten um die ohren fliegen ich sage euch der bärenmarkt wird kommen und der wird so viel rasieren hier und der wird die leute wieder raus spülen und dann werden die alle sagen nee alles kacke auch bitcoin alles kacke und dann werden ein paar von denen aber bleiben und das ist in jedem verdammten zyklus so das ist im crypto space schon mehrfach genau so gelaufen und das wird wieder so laufen und mit jeder welle werden mehr leute zu absoluten bitcoin an und die absoluten spekulanten werden rausgespült und fassen den space auch erstmal wahrscheinlich nie wieder an jede welle aufs neue ja und trotzdem trotzdem ändert das an einer sache nichts wenn man mindestens vier jahre wartet mindestens vier jahre dann war man immer mit seinem bitcoin investment egal zu welchem kurs man eingekauft hat profitabel mindestens vier jahre müsste man mitbringen das muss man mitbringen und das ist das große problem die leute denken nicht so weit ja die denken kurzfristig die gehen hin und denken wirklich als zahnarzt oh man super ich investiere einfach in die größte kacke der welt und kriege acht prozent am tag das kommt mir voll logisch vor normal acht prozent am tag wo kommt das geld ja keine ahnung aber jo acht prozent ich kann bald meinen zahnarztjob kündigen und wenn ich sowas höre dann denke ich mir einfach nur ja ja wir sind wieder da wo 2017 war als ich gemerkt habe es wird gruselig ganz einfach es wird gruselig und ich sage euch das wird jetzt noch einmal so richtig auf die spitze getrieben dass ihr denkt es ist hier nur noch silvester im crypto space ein dollar rein morgen millionär und das wird sich alles rächen da wird der dollar der eine million war wieder ein cent sein versprochen ja es wird sich alles genau das wird wieder passieren ich wollte euch nur schon mal darauf hinweisen weil ich irgendwie im moment ein ganz ungutes gefühl habe was die stimmung im altcoin markt angeht ja und ich einfach auch ehrlich sagen muss bitcoin ist noch nicht so losgekoppelt von diesen ganzen projekten dass wenn der markt weg bricht dass nicht bitcoin auch erst mal wieder vom kurs runter bricht dass wir zwangsläufig passieren ja zwangsläufig die frage ist natürlich wo fällt darunter ja und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten punkt und jetzt kommen wir auch zur zur abstimmung ich bin nämlich trotzdem bullisch es also bullisch wie immer ja und zwar habe ich mir folgendes überlegt ihr seht das ja so langsam wachsen meine haare und ich habe meine haare seit meinem ich glaube 18 lebensjahr nicht mehr wachsen lassen also seit dem 18 lebensjahr trage ich ohne haare ja und jetzt ist meine überlegung weil ich wirklich überzeugt bin dass wir in diesem cycle noch bitcoin auf 100.000 dollar sehen minimum würde ich sagen ich mache jetzt eine abstimmung soll ich mir die haare stehen lassen bis bitcoin auf 100.000 steht also nicht mehr schneiden bis bitcoin auf 100k steht aber nicht schneiden bis btc auf 100k steht 100k dollar ja 100k dollar ganz wichtig und da machen wir jetzt eine umfrage daraus ja nein so frage an die community und dann könnt ihr den bart nee den bart werde ich schneiden die haare ja jetzt könnt ihr gleich mal abstimmen und am ende des streams gucke ich dann rein also ich mag kurze haare ganz ehrlich diese pflegeleicht ich fühle mich irgendwie schneller damit quatsch ja aber ich mache das gerne und ihr könnt ja einfach mal abstimmen und wenn ihr nein sagt dann schneide ich mir die haare wieder fände ich auch cool meine meine persönliche also ich würde es persönlich favorisieren aber irgendwie möchte ich noch mal unterstreichen dass ich mir echt safe bin dass wir diesen run noch die 100k machen ja natürlich einfach nur ein gefühl und ich sehe ich sehe dann auch crazy aus so viel kann ich euch schon mal versprechen ja macht doch morgen kleinen guten morgen stream ja sie das problem ist ich weiß nicht ob ich das so früh raus schaffe ich habe das also es ist für mich morgens nicht ganz so easy erstmal danke für die emoji pack mitgliedschaft gebetto x danke für deine emoji pack mitgliedschaft roman und team vielen dank für eure tolle arbeit gerne doch dann auch noch mal oliver pass danke für deine emoji pack danke für deine videos roman kurz geht raus und kirito taylor jetzt kommen wir nämlich gleich zu taproot hallo macht taproot die herkömmlichen multisig die man erstellen kann überflüssig so und jetzt wird es spannend ja also taproot erstmal als update wird morgen ich habe das ja eingangs erklärt aktiviert und das ganze ist ein soft fork das bedeutet bitcoin bleibt ganz normal abwärts kompatibel wenn ihr einfach wie heute auch bitcoin habt ihr braucht nichts machen ihr braucht euch auch von nichts fürchten oder sonstwas taproot ist einfach eine zusätzliche regel es kommen damit neue adressen rein und eine neue ein neues kriptverfahren pay to taproot heißt das also p2tr und diese dinge die ermöglichen ganz viele neue funktionen wenn man diese neuen adressen benutzt darum geht es ja das heißt die alten adressen bleibt alles wie gehabt und die neuen adressen können dann neue funktionen und wenn ihr die neuen adressen nicht benutzt braucht ihr auch nicht updaten das alte bitcoin der zweck läuft weiter wie gehabt das ist das besondere bei einem soft fork werden einfach neue regeln hinzugefügt die man zusätzlich nutzen kann und bei einem hard fork werden alte regeln geändert so einfach kann man sich das vorstellen und roma mit fukuila leute also das ganze ist jetzt so wir haben ich habe hier damals mal ein video gemacht zu taproot ist auch unten in der video beschreibung ganz unten verlinkt könnt ihr euch nach dem live stream gerne mal angucken hier kommen maßgeblich ein paar neue funktionen das eine ist must mercalized abstract syntax tree was eigentlich nur erstmal ermöglicht dass man komplexere smart contracts auf bitcoin bauen kann und obendrauf noch teile dieser smart contracts anonymisieren kann das heißt wenn man jetzt zum beispiel eine regel hat wie zwei leute dürfen rein theoretisch jeder bitcoin von einer bestimmten adresse ausgeben dann kann das sein dass ich aber nicht beweisen muss dass das alles teil dieses smart contracts ist sondern nur dass ich selber das ausgeben darf das wird quasi versteckt ja und eine weitere funktion die das ermöglicht ist sind die threshold keys die ebenfalls super spannend sind weil jetzt zwei verschiedene teilnehmer quasi einen komplett neuen schlüssel bekommen das heißt man kann nicht mehr feststellen ist diese adresse ein smart contract gewesen also ist diese bitcoin hat hat transaktion smart contract gewesen war das eine multi signatur wo mehrere signaturen gebraucht wurden um eine bezahlung zu machen oder war das sogar eine ganz normale bitcoin übertragung das kann man nicht mehr feststellen ja also das ist einfach nicht mehr möglich und das sorgt natürlich für anonymität weil in dem moment wo du selber eine bitcoin transaktion machst hätte das jetzt auch sein können dass das eine transaktion von sieben leuten war ohne dass man es nach außen feststellen kann es gibt noch ein paar weitere funktionen die damit ermöglicht werden wie gesagt ich mache morgen dazu noch mal ein video da gehe ich da gehe ich wirklich tiefer in das thema ein aber jetzt erst mal was ist eine multi signatur transaktion also wenn ihr jetzt eine bitcoin transaktion machen wollt dann macht ihr folgendes ihr geht hin und übertragt an die an die an die notes eine transaktion in der ihr sagt hier sind meine bitcoin die sollen von meiner auf eine andere adresse verschickt werden und hier ist eine signatur die ich gesetzt habe für diese adresse mit meinem privaten schlüssel so diese signatur ist wie eine digitale unterschrift und die übergebt ihr mit dieser transaktion und dann schauen sich die miner das an sehen ja okay diese signatur passt zu dem bitcoin und er möchte die übertragen führen wir aus fertig aus transaktion wird ausgeführt bei einer multi signatur transaktion ist es so dass man halt hingeht und sagt hey es gibt fünf verschiedene private schlüssel und mindestens zum beispiel drei davon müssen diese transaktion unterschreiben man kann das beliebig variieren man kann auch sagen hey es gibt 100 schlüssel und mindestens 50 müssen eine transaktion unterschreiben okay ich glaube nach oben ist es tatsächlich multi sign ein bisschen limitiert aber sagen wir man kann auch sagen es gibt 15 schlüssel und 10 müssen unterschreiben dann passiert folgendes du willst diese bitcoin transaktion an die notes übergeben und jetzt sagen hier gibt das den minern ja legt das in den mempool ich möchte diese bitcoin transaktion machen hier sind fünf unterschriften oder zehn unterschriften für diese transaktion und dann prüfen die miner ja sind das zehn unterschriften und sind die alle gültig ja wir führen die aus sind es nur neun unterschriften wird die transaktion nicht ausgeführt so kann man zum beispiel sicher gehen dass man nur wenn zwei leute sich zusammentun in der lage ist bitcoin von adresse auszugeben beispielsweise wenn man als unternehmen bitcoin hält oder wenn man mit einem freundeskreis bitcoin hält oder 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 ja und das ist halt so eine möglichkeit das zu machen jetzt ist halt der punkt mit mit taproot wird das a nochmal vereinfacht bloß man kann nicht mehr feststellen ob das so eine multisignatur transaktion war vorher sieht man das komplett man sieht sofort ja klar das ist eine multisig transaktion die brauchte mindestens zwei unterschriften ja hat sie alles gut bei taproot sieht man nur noch eine unterschrift und weiß ja die ist bestätigt diese transaktion das passt alles man kann das nicht mehr feststellen zusätzlich sind zu herkömmlichen transaktionen die taproot geschichten noch mal deutlich sicherer weil sie nicht auf ecdsa basieren beziehungsweise eine deutlich sichereres verfahren benutzen und der nächste vorteil ist halt man kann dort sehr komplexe abfolgen machen auch mit so mit so exit möglichkeiten ich gucke mal gerade das hatte ich hier in dem video nämlich auch beschrieben dann mache ich das mal offen ja genau hier dann gibt zum beispiel so eine regel hey alice darf coins ausgeben bob darf coins ausgeben dürfen die aber erst ab block x machen also so als zeit limit ja und dann gibt es aber auch so ein cooperative close also jeder von denen darf selber coins ausgeben aber erst ab block x es dürfen aber beide zusammen schon vorher coins ausgeben ja und solche smart contracts intelligenten verträge kann man jetzt in zukunft dann damit bauen und am ende sieht das ganze aber aus wie eine ganz normale transaktion ja und die transaktionen sind größer wie die nativen segwit transaktionen also größer als pay to script hash aber deutlich kleiner als die alten transaktionen und deutlich sicherer zeitgleich plus anonymer und man kann auch so neue sachen wie coin joins machen also die heißen dann anders man geht dann hin und aggregiert transaktionen also mehrere teilnehmer tun sich zusammen bezahlen alle in einer adresse ein und von der wieder auf neue adressen aus und damit kriegt man das alles wieder anonymisiert und jetzt kommen wir auf die frage von kirito der nämlich gefragt hat so macht taproot die herkömmlichen multisig die man erstellen kann überflüssig so und das ist eine super spannende frage weil rein theoretisch würde ich natürlich jetzt sagen ja taproot kann multisig kann das noch viel besser kann noch viel mehr multisig schlüssel und macht das ganze anonym rein theoretisch brauchst du die halt nicht mehr mit dem kleinen aber und jetzt wird es spannend könnt ihr euch vorstellen dass es gerade gesetze gibt die keine lust auf privatsphäre haben und anonymität in einem solchen netzwerk haben ja und jetzt wird es nämlich schwierig weil in diesem fall unter umständen die neuen adressen die dann heißen bc1p adressen also die aktuellsten adressen die native segment adressen die bc1q adressen die neuen fangen dann mit bc1p an und diese adressen sind dann taproot adressen wo man unter umständen nicht mehr personen wirklich lokalisieren kann und wenn ihr euch jetzt überlegt was aktuell häufig passiert wenn jemand zum beispiel von der börse ausbezahlt auf die eigene wallet und danach einen coin join macht also seine bitcoin mix anonymisiert dann wird ihm teilweise der account bei der börse geschlossen das wäre bei taproot gar nicht mehr feststellbar ja und ich kann mir vorstellen dass regulatorisch verboten wird dass du auf bc1p adressen deine coins auszahlt regulatorisch ultra schwierig das update ultra schwierig wirklich ultra schwierig das update und deswegen kann das sinnvoll sein die alten adressen adressen mit multisig zu benutzen um sich in einem regulatorisch sauberen rahmen weiter zu bewegen auf der anderen seite ist das halt mega nice dass es native adressen gibt die natürlich den aufsichtsbehörden in übelster dorn im auge sind aber was bringt uns das wenn die sagen ey wenn ihr die benutzt werdet ihr nirgendwo mehr offiziell bitcoin kaufen können also ja ist halt wirklich schwieriges thema oder und deswegen ne nicht bc2 q ne habe ich auch erst gedacht real bastico es ist bc1p wie es aussieht ja ich habe mir auch mal ich finde es leider nicht wieder von von einem bitcoin core developer ich weiß nicht mehr welcher das war der hat auf jeden fall live vortrag gehalten und da hat er auch erklärt wie das namenschema entsteht und das war dann alles schlüssig und logisch aber es ist bc1p ja genau und dementsprechend ich hoffe ich hoffe wirklich und das ist ja auch so ein bisschen das ganze thema mit der regulatorik ich hoffe die wird in zukunft so harmlos dass wir natürlich bitcoin nativ in einem vollen umfang benutzen können und langfristig sehe ich das auch als notwendig an das wird einfach langfristig nicht funktionieren wenn bitcoins volle funktionalität nicht gegeben ist und das wäre durch taproot verhinderung regulatorisch einfach schon der fall also früher oder später wird der markt die regierung dazu zwingen das zu akzeptieren weil sie bitcoin die nachfrage institutionell bedienen müssen ja das ist so wie das was ich vorhin mit der sec meinte früher oder später werden die definitiv einen bitcoin gestützten etf erlauben müssen aber im moment noch nicht und ja temporäre verbote sind für mich kein grund langfristig nicht trotzdem sicher zu sein dass sie sich jemand dafür öffnen nur ja sehe ich das als kritischen punkt ich schwöre euch eins die börsen die werden alle ewigkeiten kein taproot aktivieren schwöre ich euch die regulierten börsen werden ewig kein taproot machen und die werden wahrscheinlich eure coins auch nicht von der taproot adresse annehmen wahrscheinlich könnt ihr dann zwar von eurer adresse auf eine taproot adresse schicken von taproot wieder auf eine alte adresse und von dort wieder auf die börse müsst dann aber nachweisen dass es eure coins sind irgendwie sowas wird passieren ja ich schwöre es euch warts ab ja was ist ein coin join ja wie ein mixer stell dir vor zehn leute alle tun 0,25 bitcoin in einen topf geben diesem topf neue adressen und kriegen alle wieder 0,25 bitcoin auf die neuen adressen ausgezahlt dann weißt du nachher nicht mehr wem gehört jetzt welche adresse von diesen zehn leuten und das machst du mit 100 oder mit 1000 leuten und irgendwann ist es so viel gemixt dass du keine transaktions historie mehr auf basis einzelner entitäten zu ordnen kannst ja ja schwieriges thema deswegen taproot meiner meinung nach für bitcoin unabdingbar mega wichtiges update für unsere freiheit für unsere anonymität für unsere sicherheit schwieriges thema für die regulatorik die wird sich da gar nicht drüber freuen und ich hoffe einfach dass die regulierungsbehörden der eu nicht dumm genug sind sich selber steine in den weg zu schmeißen weil ich bleibe dabei jedes land was sich nicht für bitcoin öffnet wird langfristig einen erheblichen nachteil im vergleich zum rest der welt haben die sich sehr für bitcoin öffnen und jeder der bitcoin im vollen umfang erlaubt sorgt auch dafür dass natürlich unternehmen sich in dem eigenen land ansetzen dass die später steuern bezahlen und so weiter also für jedes land ist es gut sich einfach für bitcoin zu öffnen ja ich sehe einfach die gefahr dass sie wirklich sich da komplett verrennen und dummen kram machen gut das jetzt erstmal dazu wie gesagt more more kommt morgen more kommt morgen zu taproot wir schauen noch mal ganz kurz rein ich konnte ja jetzt leider nicht mit nach el salvador traurig traurig wirklich wir sind richtig traurig aber es gibt erste fotos hier das berlin in el salvador geothermie kraftwerk hier läuft gerade ein pilot projekt übrigens kennt ihr das simpsons mit dieser in diesem schild hier x tage seit letztem unfall 64 tage seit dem letzten accident seit dem letzten unfall coole anzeigetafel ja und hier ist das kraftwerk und in el salvador ist halt jetzt folgendes thema die wollen diese geothermie energie weiter ausbauen weil das land hat nicht genug strom und die haben dort gerade ein kleines bitcoin projekt mit einem megawatt laufen das ist tatsächlich für landesebene nicht mega groß ich denke das wären so drei millionen euro ja hier sieht man es auch 300 essex a 10.000 euro oder so werden das sein genau 300 essex die da laufen das ist ein pilot projekt um überproduzierte energie weil so ein geothermie kraftwerk läuft auch in dem moment wo die energie nicht benötigt wird in der bevölkerung auch dann laufen lassen zu können ja und genauso werden gerade die projekte getestet geothermie ist eh da also der vulkan macht eh seine energie und man sie nutzt oder nicht das heißt der gilt als grüne energiequelle und wenn man diese energie dort abnimmt und die aber im eigenen land nicht braucht dann ist man ineffizient und dann rechnet sich das ganze nicht so das heißt die überproduzierte energie wenn man das ganze jetzt ausbaut die könnte dann genutzt werden um bitcoin mining zu betreiben und dieses unterfangen bezahlbar zu machen ja so kann bitcoin erneuerbare energiequellen finanzieren ja und das ist gerade ein pilot projekt super spannend wir halten euch natürlich auf dem laufenden basti mein geschäftspartner ist gerade neu in mexiko fliegt heute ich glaube jetzt gerade nach el salvador und die anderen also rené ist schon da und natürlich die ganze delegation und wir berichten live vor ort ihr seht das hier das ist immer schön weil el salvador sieben stunden sieben stunden glaube ich sind die zurück zu uns hier und da wird man dann das heißt wir können immer relativ tagesaktuell die sachen hier dann schauen ziemlich cool so kommen wir auf die spenden vielen vielen dank es prasselt hier nur so rein hanswurst danke für deine fünf euro wie so ein unternehmen für das verwahren für bitcoin einfach alles auf der raspy blitz parken ich mache meinen eigenen etf ja hanswurst dann bitte auch mit einer hardware wallet absichern um auf nummer sicher zu gehen ja daco ffm danke für deine spende ja blogtrainer deine haare vier wochen nicht wachsen lassen ist doch nichts besonderes mach mal eine million dann sind es eventuell schulter lang daco ich habe sehr schnellen haar wuchs du wirst das auch sehen das ist ja jetzt schon ich meine ich habe jetzt keine ahnung eineinhalb wochen oder so zwei wochen nicht die haare rasiert ja ich bin gespannt steve rahn danke für die emoji pack mitgliedschaft bitcoin wird ein stable coin bei 99k das wäre natürlich schön ja das wäre schön bits of knowledge danke für deine spende hi roman schön dass es dir wieder besser geht hast du zufällig die doku ökonomia ökonomia vom zdf gesehen super interessant und wirkt wie eine bitcoin werbung habe ich noch nicht gesehen wurde mir jetzt letztens schon mal empfohlen muss ich noch reinschauen gucke ich mir an ja finde ich cool rené uiz hat die nachricht zurückgezogen oder das finde ich schade hätte ich gerne darauf geantwortet was auch immer dort stand wurzelprumpf danke für deinen spende hi roman was machst du wenn es bei 95.000 dreht und du vier jahre warten muss nur spaß danke für deinen super kommen gleich weg in den krypto space ja wurzelprumpf ganz ehrlich dann tue ich einfach so als wäre ich aus versehen mit meinen haaren in einer brotschneidemaschine ich meine wir haben gar keine hängen geblieben oder so aber ja irgendwas überlege ich mir dann sie müssen dann auf jeden fall runter ja ähm genau äh ja das wäre ärgerlich dann werde mir vier jahre lang die haare wachsen lassen dann sehe ich später aus wie ein hippie hier aber ja im schlimmsten fall passiert das ich hoffe ich hoffe aber nicht stormfil ich merke gerade vielleicht war das keine gute wette stormfeeder danke für deine unterstützung deinen 2 euro vielen dank monade games 20 schweizer franken vielen vielen dank nach segwit haben wir einen dreifach prompt gesehen siehst du taproot auch so bullisch ähm ich weiß nicht ob das wirklich mit segwit zu tun hatte also allgemein ähm ich glaube ein taproot update ist ein tierischer mehrwert für das bitcoin netzwerk also funktional gesehen und was die privatsphäre angeht also der wert nicht der preis aber der wert des netzwerks der steigt mit dieser funktionalität an definitiv und wenn wir wirklich einen markt haben wo der preis den wert widerspiegelt dann müsste das taproot update zwangsläufig zu einer wertsteigerung führen und damit auch zu einer preissteigerung führen sehe ich schon so aber im moment wird so viel spekuliert dass ich das nicht so rational bewerten würde ja aber ähm ich bin bullisch auf das taproot update ganz ehrlich das ist ein mega geiles update ja das anlockt uns noch viel mehr möglichkeiten als es segwit im endeffekt getan hat ja ähm ja genau blockchlein wir haben keine brotbackmaschine äh brotschneidemaschine ich weiß ich weiß das ist ja in rasenmäher geraten genau auch eine gute sache ja ähm genau also ähm monade ähm ich bin gespannt ich bin auch gespannt wie gut das läuft morgen ähm viele haben auch gefragt ja mit node updaten und so ja könnt ihr machen einfach auf die aktuellste version updaten dann seid ihr dabei 0,2 also version 0.21.0 irgendwas ist die aktuellste version da ist alles drin und der core client heißt ja mittlerweile version 22 oder so da ist auch taproot schon aktiviert also eigentlich alle aktuellen updates die auf raspy blitz umbrel und allen zitadell und so macht ist überall taproot schon aktiviert ja da braucht ihr nix mehr machen ähm kirne 74 danke für die fünf euro für den kommenden shampoo verbrauch okay vielen dank dafür vielen dank dafür ich bin gespannt ähm ob ich den brauche ja fönsel danke für deine fünf schweizer fanken hey roman meine frage so wie ich mitbekommen habe wird äh umbrel taproot auch unterstützen ist dem so danke für deine antwort ja äh wenn du bei umbrel jetzt schon aktuell bist äh ist taproot schon mit drin ja dann ist alles gut ähm fukoda danke für deine emoji page mitgliedschaft wann kommen die größen mts werbung war vor einem jahr ähm micro ne äh was meinst du mit mt mts werbung du meinst du meinst dass die konferenz ne die konferenz war aber nicht vor einem jahr also die äh world now konferenz sekunde world now konferenz die war im februar äh die war im februar 6 februar ne dritter februar war der war unser live ticker hier world now konferenz ja erster bis dritter februar war die ähm und meike seller hat gesagt die ersten unternehmen die es ihm nachmachen kommen dann ich glaube das kommt jetzt ganz auf die sec regulierung an weil das wahrscheinlich für das ein oder andere unternehmen vielleicht abschreckend ist ja ähm ich bin gespannt ich bin gespannt also ab februar nächsten jahres könnte spannend werden ja rené uiz danke für deine 21 euro vielen dank für diese riesen spende lieber rené vielen vielen dank ähm danke für die massive unterstützung oliver renner danke auch für deine unterstützung vier jahre nicht schneiden ist kein problem kenne das oh oliver ich hoffe das wird nicht passieren ne ich trage gerne kurze haare ja roma trägt einfach in seinen streams ein toupee ja sehr gut sehr gut ähm was ist für dich ein bärenmarkt wenn wir hier von tops wie 100 bis 288.000 reden 60.000 oder eher sowas wie 20k ähm ja super schwierig zu sagen 404 error weil ich ähm also es ist es ist nicht so einfach zu definieren ja es ist nicht so einfach klar zu machen ähm wie viel preis ähm ein top ist und ein bärenmarkt ist aber ich würde mal sagen mhm also wenn wir auf 100.000 gehen ist wahrscheinlich der bärenmarkt 20k oder so mein gefühl ja reines gefühl reines gefühl würde ich sagen ja ähm was hältst vom pie network ja nichts ja gar nichts schau mal ihr müsst euch immer eins überlegen langfristig gesehen langfristig gesehen ist bitcoin das einzige netzwerk was nicht durch das eingreifen einzelner menschen die menge der coins verändern kann also bei ethereum kann vitalik die supply regeln ändern also was heißt vitalik ja es ist die ethereum foundation im endeffekt das ist ein konstrukt mehrerer leute aber aber nur weil das nicht vitalik alleine macht sondern das ganze konstrukt ethereum foundation heißt das nicht dass es besser ist christine lagart kann auch nicht alleine bestimmen wie viel geld gedruckt wird und selbst die die ecb ist nicht komplett alleine dazu in der lage das zu definieren das ist ein zusammenspiel dieses ganzen staatsapparats dennoch wäre ein derartiger apparat nicht in der lage die supply regeln von bitcoin zu ändern es gibt kein anderes projekt was diese sicherheit mitbringt das bedeutet bitcoin ist das einzige knappe gut was wir digital digitalisiert haben und digital handeln können und das bedeutet dass alles in bezug zu bitcoin langfristig gesehen entwertet egal was alles entwertet weil alles mit der zeit inflationiert egal was das bedeutet dass bitcoin in dem bezug wenn wir uns als menschen weiterentwickeln unendlich lange im gegenwert zu allen anderen dingen steigt damit ist bitcoin die einzige messbare einheit für unseren fortschritt den wir haben stellt euch mal die frage warum um alles in der welt wird es immer teurer ein haus zu bauen wenn das immer leichter geht für uns menschen warum wird es immer teurer irgendwelche dinge zu tun wenn doch unsere unser technologischer fortschritt eigentlich dafür sorgen sollte dass diese dinge immer leichter für uns zu bekommen sind es macht keinen sinn es macht keinen sinn dass alles immer teurer wird wenn wir alles effizienter herstellen und produzieren können das ist kompletter nonsens es wird nur aus einem einzigen grund immer teurer unser menschlicher technologischer fortschritt wird gebremst durch inflation was glaubt ihr wie günstig diese welt wäre wenn es keine inflation gäbe weil wir menschen technologien entwickelt haben dass jeder mensch auf diesem planeten essen könnte ein haus über dem dach haben könnte und auch sonst gescheit leben könnte wir haben es geschafft technologie zu bauen die uns so viel effizienz erlaubt und wir machen diese effizienz durch inflation kaputt weil ein marktsegment dieser staatsapparat cheatet weil er den menschen das gesparte geld den gesparten geldwert wegdruckt es ist eine katastrophe es ist eine katastrophe uns bringt kein technologischer fortschritt was weil wir keinen positiven effekt dadurch sehen das ist ein kompletter schwachsinn ja und im endeffekt im endeffekt ist das eine situation im endeffekt ist das eine situation die das große problem ist ja und wenn alles mit der zeit entwertet in bezug zu bitcoin alles entwertet mit der zeit dann wird sich keine währung gegen bitcoin halten können keine versteht ihr keine nichts kann besser für als langfristiger speicher für eure lebenskraft genutzt werden als bitcoin wenn alles in bezug zu bitcoin dauerhaft entwertet dann kann nichts auf lange sicht besser euren monetären wert speichern nichts versteht ihr könnt kurzfristig spekulieren risiko eingehen aber langfristig kann dann nichts euren monetären wert besser speichern als bitcoin und wenn das der fall ist wenn das der fall ist und wir irgendwelche andere netzwerke und technologien haben die ihr eigenes geld haben dann muss dieses geld zwangsläufig kleiner sein als bitcoin und damit im verhältnis zu bitcoin vom wert volatiler sein und wenn es bei bitcoin lösungen gibt wie das lightning network oder liquid oder andere lösungen die die gleichen funktionen wie die anderen netzwerke anlocken dafür aber bitcoin als bezahlung annehmen dann schwöre ich euch jedes unternehmen was sich eindeckt mit irgendwelchen altcoins und sei es ethereum wird sich eindecken mit einem asset was kleiner ist als der globale denominator und damit volatiler ist als der globale denominator dann schwöre ich euch nach spätestens zehn jahren sind die unternehmen profitabler die die netzwerke benutzen die den globalen denominator als geld annehmen als die netzwerke die ihr eigenes geld definieren das macht alles keinen sinn diese ganze geschichte hier macht keinen sinn es ist alles quatsch kompletter quatsch versteht ihr das ist das große problem und das verstehen so wenig menschen das ist so schwierig den leuten das klar zu machen weil da draußen irgendwelche clowns sitzen die euch diese altcoins verkaufen die daran massiv viel geld verdienen die dieses geld in bitcoin stecken weil sie euch ein versprechen an ihr fiat geld ja altcoins sind fiat money geld was auf leeren versprechen erstellt wurde weil sie euch dieses geld verkaufen bereichern sich an euch und kurzfristiger hype treibt die ganze kacke hier in ungeahnte höhen und das ist das wovon ich gerade bei punkt 2 am anfang des videos gesprochen habe was mir sorgen macht im moment und was sich rächen wird keins dieser netzwerke was ein eigenes geld als treibstoff braucht kann langfristig bestehen wenn es nicht bitcoin als bezahlung annimmt und nimmt es bitcoin als bezahlung an wird der eigene altcoin langfristig sowieso nicht bestehen können punkt ende aus gibt es ein problem finden wir menschen lösung dafür das war schon immer so lightning ist der beste beweis dafür bitcoin muss schneller werden lightning ist der beweis wir brauchen eine lösung dann bauen wir sie müssen wir dafür fiat money erzeugen nein diese argumentation die zentralbanken und altcoins anbringen wir müssen geld aus dem nichts erzeugen um innovationen zu fördern ist eine lüge wenn es ein problem gibt werden wir menschen dafür lösung bauen so einfach ist das bitcoin lightning und die ganzen lösungen sind der beste beweis dafür und genau deswegen genau deswegen genau deswegen wird keins dieser projekte langfristig gebraucht auch kein pi network ja 200 puls beinahe erst mal wasser tanken hier verdammt muss er im tether show hatten sehr gut chrisen ja gibt es noch ein problem besser ist es alter war danke danke für den lacher mega ja 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 und das möchte ich euch einfach nur klar machen ja und klar man kann kurzfristig darauf spekulieren dass diese netzwerke dank ihres hypes dir die zehnfache bitcoin menge geben die du hättest sonst vorher gekauft das kann sich aber auch alles hart rächen und bitcoin ist das im endeffekt komplette gegenteil von spekulieren bitcoin sparen bitcoin ist eigentlich wenn man es nach dieser definition sieht dieser begrenztheit sieht die bitcoin hat ist bitcoin das konservativste asset der welt versteht ihr alles andere ist ein risiko alles außer bitcoin ist ein risiko ihr könnt risiko eingehen um mehr bitcoin zu machen risiko bedeutet auch immer ihr könnt verlieren und bitcoin ist so früh dabei dass ich kein anderes risiko irgendwo noch eingehen möchte ich brauche kein risiko eingehen um massiv an bitcoin partizipieren zu können weil wir als super früh dran sind ich verstehe deswegen nicht warum die leute den ganzen tag in diesem space rum zocken ich kann es nicht verstehen ja wirklich ich kann es einfach nicht verstehen so das dazu und jetzt geht los und kauft euch irgendeine nft kacke nein spaß nicht machen ja nochmal vielen dank bitcoin ja danke für deine spende vielen vielen dank blogstein danke für die kanalmitgliedschaft seit vier monaten hi roman warum sollte man sich ein node machen naja deine node deine regeln du bestimmst ob deine node taproot kann oder nicht kann du bist einer dieser netzwerk teilnehmer die ein bitcoin netzwerk definieren wie das bitcoin netzwerk zu funktionieren hat das sind deine regeln zusätzlich kannst du eine lightning node aufsetzen kannst dir das ganze thema schon mal angucken wie man so ein ja eine node aufsetzt wie man kanäle zu anderen teilnehmern aufmacht wie man zu einer routing node wird wie man sich mit diesen ganzen themen auseinandersetzt ich glaube es ist gut das zu wissen ich glaube es war auch gut sich 1980 mit it auseinander zu setzen und früh dabei zu sein ja oder mit dem internet oder so ja ganz einfach renzen 3 euro vielen dank für deine spende lieber renzen was geht dichs an danke für die 5 euro ich lege auch schon mal was fürs shampoo dazu grüß mal bitte panzer ich grüße panzer danke was geht dichs an vielen dank vielen dank ja rené uitz nochmal 21 euro dankeschön möchtest du die welt verändern ähm rené ich glaube ich glaube ich möchte ich 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 möchte als ich meine ausbildung zum informatiker machen wollte also ich war eingeschrieben für studium hätte studieren können hatte aber vorher ein abitur im sozialen gesundheitswesen gemacht das heißt ich brauchte praktische erfahrung im it-bereich ähm heißt ich brauchte ein praktikum in einem it-unternehmen als ich mich auf das praktikum beworben habe wo ich dann letzten endes meine ausbildung gemacht habe und mich gegen studium entschieden hatte haben die mich halt gefragt warum ich informatiker werden möchte und ich habe damals gesagt weil ich weil ich mir sicher bin dass die informatik diese welt verändert und zu einem besseren ort macht und weil ich ein teil davon sein möchte weil ich diese zukunft mit gestalten möchte und weil ich glaube dass im endeffekt jede wahl die wir treffen im leben nicht die ist die wir in eine urne schmeißen alle vier jahre bei einer bundestagswahl sondern die wahl ist wie wir unsere welt gestalten und ich glaube dass nichts neben der it diesen planeten mehr definieren kann und ich wollte einfach teil dieser zukunft sein und bei bitcoin ist es genau das gleiche bitcoin ist eigentlich genau die technologie nach der ich mein leben lang gesucht habe die diesen kompletten planeten auf links krempelt die eine fairness schafft wie sie noch nie durch die menschheit vorher geschaffen werden konnte bitcoin löst mit sicherheit nicht alle probleme aber ich schwöre euch 98 99 prozent der probleme die wir heute als menschheit haben sind durch bitcoin lösbar und je länger man sich mit den themen ökonomie physik und auch technik auseinandersetzt versteht man das das ist aber ein weiter weg das ist die sogenannte bitcoin rabbit hole wenn man versteht dass der ursprung unseres geldes eigentlich fast alle unsere heutigen probleme erzeugt hat dann versteht man wie bitcoin die lösung für diese probleme sein kann aber es ist ein sehr weiter weg und ich möchte ein teil davon sein von diesem weg ich möchte nicht 100 millionen auf dem konto haben weil mit geld in dieser in diesem sinne völlig egal ist ich möchte wissen ich muss nicht am hungertuch nagen das ist mir wichtig aber ganz ehrlich wenn ich irgendwann von dieser welt gehe weil ich sterbe oder durch alt man ist weg ja dann möchte ich nicht mit 100 millionen ins grab gehen sondern dann möchte ich dass die menschen irgendwie das weitertragen was ich hier erzeugt habe das ist zehnmal nachhaltiger wie 100 millionen auf dem konto und für mich ist einfach ein riesen step quasi in die geschichtsbücher einzugehen als einer vielleicht der frühsten die diese weltverändernde technologie nach außen getragen haben und mitgeholfen haben das netzwerk groß zu machen und davon teil zu sein und selbst wenn man nicht in die bücher eingeht dass zumindest die menschen das wissen ja und das für mich ist einfach bitcoin ja will ich die welt verändern ja schon ja doch und ich glaube aber dass nicht ich das tue sondern am ende bitcoin aber ich glaube dass ich halt das vielleicht in einem kleinen maße verschnellern kann weil ich mehr menschen über bitcoin aufkläre die vielleicht nicht über bitcoin aufgeklärt werden würden wenn ich meine inhalte hier nicht produzieren würde und jedem menschen den ich das zeige mit diesen videos der geht raus und holt zwei freunde dazu und das ist ein riesen netzwerkeffekt der eigentlich von diesem kanal ausgeht und das ist das was ich halt sehe und ich glaube dass die probleme die bitcoin lösen kann dann gelöst werden wenn alle bitcoin verstehen und alle bitcoin nutzen und ja das das ist der grund dass ich doch schon sage ich möchte die welt verändern ja danke für die gute frage René Uitz und danke für die spende ja ähm gut dann kommen wir zur nächsten Spende boah Leute ihr seid aber heute wieder fleißig hier danke für die massive unterstützung ja sharky danke für die fünf euro wärst du so lieb deine brandrede zusätzlich noch als einzelvideo hochzuladen ist dann besser äh verscheckbar äh mach ich mach ich sharky ja lade ich äh später runter und neu hoch mach ich ein video von ja jedes mal wenn ich ein Livestream von blocktrainer schaue komme ich in FOMO sehr gut 0815 ja ähm äh sie sehen heute so return of blocktrainer haha bracon sehr gut sehr gut ja versicherungs einmal eins danke für 21 21 danke für diese spende was ist wenn wir ein mit gold unterlegtes geld bekommen und damit die inflation den äh gegen null geht ähm ich könnte mir vorstellen dass die bedeutung des bitcoin äh nicht vorangeht weil menschen träge sind äh ist heute nicht mehr möglich versicherungs einmal eins unsere strukturen sind mittlerweile so ineffizient geworden der staatsapparat ist so ineffizient dass er uns diese lebenszeit dauerhaft klauen muss sonst wird der nicht mehr funktionieren wir waren ja schon mal bei einer gold gestürzten währung genau das ist ja gescheitert und wisst ihr warum das gescheitert ist weil gold in irgendwelchen kellern lag und irgendwer den menschen versprochen hat ja ja für jeden dollar den wir ausgeben hinterlegen wir auch wirklich gold und genau das ist fiat geld was nur an ein versprechen geknüpft ist ein versprechen von einer zentralen kontrollierenden instanz das ist exakt das was bei altcoins passiert und was bei unseren zentralbanken passiert bitcoin ist wie das gold was nicht auf ein so versprechen aufbauen muss weil jeder von uns kann bitcoin selber halten kann bitcoin digital handeln und ist in der lage bitcoin als geld zu benutzen jede währung die auf basis eines solchen geldes entsteht wird früher oder später korrumpiert durch die die es entzeugen und wird früher oder später zum scheitern dieser währung führen wir werden wahrscheinlich immer wieder neue währungen machen die werden immer wieder scheitern aber eins wird bleiben und das ist unser bitcoin ja von von daher nein die bedeutung von bitcoin wird vielleicht mal temporär ein bisschen in den hintergrund rücken unter umständen aber nie verschwinden ja muss man den puls muss man den puls messen schaut aus wie 360 beats per minute ja danke für die emotipack mitgliedschaft mal auf den tisch hauen hier sagt alos sehr gut klasse weh danke für deine spende vielen vielen dank ja geiler content wie immer dankeschön andreas vielen dank ja freu ich mich sehr wenn euch das so gut gefällt oliver ne sekunde irgendwas habe ich hier gerade übersprungen es büsser büsi danke für deine zwei schwarzer franken tausend leute besitzen drei millionen bitcoin schere armreich deine meinung also erstmal das bitcoin netzwerk ist nicht so schlecht verteilt wie man immer denkt sekunde ich zeig euch das bitcoin verteilung besser als gedacht und unser fiat geld ist tatsächlich viel schlechter verteilt als unser bitcoin netzwerk könnt ihr mal reinschauen das bitcoin vermögen ist besser verteilt als gedacht das sind es nur on chain analyse vom cto rafael schulze kraft von glasnote der das damals mit den on chain daten festgestellt hat einfach mal hier schauen ich verlinke das nachher nochmal in den quellen zusätzlich und unser fiat geld ist so schlecht verteilt dass 50 prozent des geldes bei einem prozent der menschheit liegen ja also ganz ehrlich und ich glaube dass von diesem ein prozent die obersten zehn prozent sogar 40 prozent des gesamten geldes besitzen irgendwie so es ist richtig also fiat geld ist das was richtig schlecht verteilt ist und was was man bei bitcoin sieht ist dass es auch nicht mega gut verteilt ist aber auf die anzahl der menschen die bitcoin im bitcoin netzwerk sind ist bitcoin gar nicht so schlecht verteilt und verteilt sich mit der zeit immer besser weil bitcoin jeden an einen markt knüpft bei fiat geld gibt es keinen markt da gibt es einen von denen geht die ganze zeit der geldstrom aus die ganze zeit das bei bitcoin anders früher oder später wird sich das immer besser verteilen und das zeigen auch die daten je länger es bitcoin gibt desto besser sind alle coins verteilt ja das heißt es ist ein zeitpunkt der jemand in der vergangenheit liegt wo das einfach kein problem mehr ist ja jens es danke für deine kanal geschafft acht monate schon monate schon lieber jens vielen 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 dank was wäre bitcoin ohne fiat als referenz wert dank dir ja ganz einfach ein bitcoin gleich ein bitcoin was ist ein euro wert da wird hier jeder mensch auf der welt mit einem dollar preis antworten das große problem ist aber das große problem ist aber jeder mensch wird dem dollar preis antworten ja das problem ist aber dass der dollar allein in einem jahr um 25 prozent ausgeweitet wurde mittlerweile sogar noch mehr also in etwas über einem jahr 30 prozent geldmengenausweitung jeder vierte jemals erzeugte dollar ist in 2020 erschaffen worden ja wenn der dollar das ist womit du alles andere bepreist dann post mahlzeit da ist eine ernsthafte bepreisung nicht mehr möglich bitcoin ist der fixpunkt der am ende alles andere bepreisen kann was ist ein dollar wert ich schwöre dir in spätestens 20 jahren wird dir jeder mensch auf dieser welt eine satoshi anzahl nennen ja das ist das was ich glaube genau gut also ich hoffe du verstehst wie ich das mein jens ja also ein bitcoin ist ein bitcoin und ich glaube genau das macht ihn irgendwann zu unserem denominator mit dem wir jeden anderen preis ermessen ja und ermitteln oliver renner danke für deine zwei euro dann lass uns alle zusammen die welt verändern ja danke oliver ganz genau so ist es ja jeder von euch ist teil dieses netzwerks das macht das ganze doch so genial genau darum geht es doch ich habe hier zwar einen kanal mit super viel reichweite aber im endeffekt bin ich doch genauso wie jeder andere netzwerk teilnehmer auch just another note oh man ich hätte mir heute mein just another note merchandise anziehen sollen ja hier vor dem netzwerk bin ich das hier so wie jeder andere von euch auch verdammter raspberry pi mit einer ssd das bin ich für bitcoin ja für bitcoin bin ich das wir sind alle ein teil davon das macht das ganze so besonders ja vor dem netzwerk sind wir alle gleich mehr mehr chancen gleichheit gibt es nicht gut damit kommen wir so langsam zum ende eine sache möchte ich euch noch ganz kurz zeigen dieses video über das thema über das ich gerade gesprochen habe gehe ich in diesem video in den deep dive rein warum bitcoin die einzige lösung ist ja 35 minuten ich schwöre euch ich schwöre euch dieses interview wird euch begeistern ich habe es mir selber angeschaut und wenn man so ein interview führt merkt man das ja nicht so aber wenn ich ich bin ich bin wirklich in der lage mich selber loszulösen wenn ich so ein interview schaue bin ich in der lage mich selber nicht mehr als ich wahrzunehmen sondern als eine andere person und ich höre mir zu das ist auch der grund warum ich manchmal da sitze mir alte videos von mir anguckt und mir die ganze zeit hier so zunicke und auf einmal sitzt der wie neben mir und lacht sich kaputt weil ich hier sitze und mir selber zunicke und meinen aussagen zunicke das macht mein kopf dann einfach und ganz ehrlich dieses interview solltet ihr wirklich schauen das ist kein eigenlob oder sonst was aber da sind wirklich wertvolle informationen drin und ich finde florian koschert der mich hier interviewt hat der geschäftsführer von palace capital ist ein mega smarter mann der ultra ultra gute fragen gestellt hat und der meinem meinen sachen halt mega gut folgen kann und deswegen so on point fragt dass dieses interview glaube ich die beste darstellung über bitcoin ist die jemals gegeben habe schaut das unbedingt an ist verlinkt in der video beschreibung ja renne uls 21 euro noch mal danke glaubst du du bist geboren worden um die menschheit zu verändern nee das glaube ich nicht renne uls das glaube ich nicht ich glaube dass ich ich glaube dass ich so wie jeder andere auch geboren worden bin und dass ich aber irgendwie im laufe meiner kindheit und meines lebens vielleicht dinge gesehen habe die mich dahin verändert haben dass ich halt irgendwie die notwendigkeit gesehen habe dass ich meine meine arbeit dahingehend ausrichte hier was zu verändern ja keine ahnung was mich da im endeffekt antreibt was treibt uns menschen halt im alltag an und unser leben zu leben ich glaube über lebenstrieb wahrscheinlich und vielleicht habe ich ein sensibles gespür für dinge die nicht gut sind oder so und möchte die dann lösen und ich glaube dieses gespür geführt ja jeder in seinem fachbereich weil immer wenn jemand arbeit macht löst er ja eigentlich nur probleme den ganzen tag und ich glaube das hat irgendwie dazu geführt renne ich glaube nicht dass ich dass ich berufen wurde hier die welt zu verändern ich glaube eher dass halt meine erfahrungen die ich in meinem leben so gesammelt habe mich an diesen punkt geführt haben meine mutter hat das letztens noch gesagt meine mutter meinte irgendwann roman jeden weg den du also jede jede etappe die du in deinem leben gegangen bist hat dich genau dahin geführt wo du jetzt bist und da gebe ich recht also ganz viel von meinem heutigen kopf ist nicht dadurch entstanden dass ich bitcoin entdeckt habe sondern ich war offen für bitcoin weil mein kopf eigentlich genau nach dieser lösung schon immer gesucht hat so ungefähr ja also ich glaube nicht dass ich der 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 aus der korne bin sondern einfach dass meine ja meine die ereignisse die ich im leben erlebt habe mich dahin geführt haben ja moping fünf euro für katzenfutter vielen vielen dank ja danke noch mal renne ulz für die massiven spenden und die interessanten fragen ja so jetzt kommen wir aber zum ende also noch mal schaut euch dieses video an absolute empfehlung lohnt sich wirklich sehr alle anderen links die wir heute gesehen haben gleich wie immer unten in den quellen füge ich nachträglich an meine brandrede versuche ich noch mal aus raus zu schneiden hier und noch mal ja sondiert als extra video hochzuladen das war's mit dem live stream danke für die spenden danke für die massive unterstützung danke für ja 1600 zuschauer haut noch ein like aufs video wenn euch der inhalt gefallen hat und dann wünsche ich euch einen wundervollen abend macht es gut liebe leute bis zum nächsten mal und tschüss zusammen auf verdammt ist das intro sorry so jetzt aber tschüss zusammen liebe leute bis zum nächsten mal macht es gut auf wiedersehen umfrage schließen ja absolutes ja umfrage ja